Meinung zu KuchenTV Hahaha, ja, ich find den Nico richtig unsympathisch, Team Leon Nein, Bro So kann eine Männerfreundschaft nicht enden Flair meinte, du bist komisch drauf Bro, wie kann man länger als 6 Monate in Mexiko bleiben, ohne ein Visum zu beantragen, was du ja auch gemacht hast Denkst du buffen, wenn es legalisiert wird, animiert es wieder anzufangen für Leute, die aufgehört haben? Szenik trainiert jetzt auch, will wie du aussehen Wie man mich ja auch schon kennt, ich nehme den ein oder anderen Hasen auch gerne mal ernst und persönlich Und diese Frage fand ich nicht cool, so, was wolltest du damit machen? Wolltest du damit irgendwie den Nico diskreditieren oder mich triggern oder was war deine Mission? Meinung zu KuchenTV Fühl ich nicht, feier ich nicht, prägt mich nicht und menschlich gesehen einfach eine Nullnummer Ganz klar, einfach eine Nullnummer Eine komplette Nullnummer Also, schlimmer geht's fast nimmer Schlimmer geht's fast nimmer, wie der Typ Und alle, die den noch supporten und feiern, die haben echt einen an der Waffel, meiner Meinung nach Aber ganz krass sogar Hahaha, ja, ich find den Nico richtig unsympathisch, Team Leon Nein, Bro, nein, das kannst du aber nicht machen, Bro Wir hatten ja gestern den Talk auch, wie ich mir meine Freunde aussuche Und, 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 und Dass man da schon drauf achten muss und dass ich sehr viel Wert auf Menschlichkeit lege und so Und Nico ist für mich immer noch ein super Typ Weißt du, ich mein, auch wenn wir keine Verbindung mehr haben oder keinen Kontakt mehr haben Ich hab eine sehr schöne Zeit mit dem gehabt, wir haben irgendwo eine Art Verbindung miteinander gehabt so Und deswegen würde ich auch niemals schlecht über den reden, weißt du Und so wie ich das mitbekommen hab, wenn der das ein oder andere Mal auch mal auf mich angesprochen wurde Da hat er das genauso gemacht, weißt du, dieser respektvolle Umgang einfach mit echten Freundschaften, die man hatte so Auch wenn das auseinandergegangen ist, weißt du, wie ich mein, so Und auch traurigerweise auseinandergegangen ist und auch nicht so schön auseinandergegangen ist Es ist trotzdem so, dass ich für alle Menschen, die mal in meinem Leben waren Die alle Menschen, die ich geliebt habe, werde ich niemals im Internet diskreditieren oder irgendwie schlechtreden oder so ein Scheiß, weißt du, wie ich mein, so Deswegen, der Bray ist auf jeden Fall noch Ist immer noch der gleiche Mensch, wie bevor wir Stress hatten Und wenn der da korrekt war, dann ist er jetzt auch korrekt Weißt du, was ich mein, deswegen hör auf, bitte Linus J. sagt, Nico, wirklich Bereicherung für Deutschland Leon und Nico, trotzdem Love-Vibes Ja, Bruder, einfach auf süß, weißt du, wie ich schon eben erklärt hab Leute, die sich im Internet, das ist jetzt meine ehrliche, persönliche Meinung Leute, die sich im Internet biefen und sich im Internet gegenseitig fertig machen, waren nie Freunde Nie richtige Freunde Da war immer Neid, Missgunst oder irgendeine Scheiße im Hintergrund Und dann, sobald Beef ist, wird dann gegeneinander geschossen Wenn ihr echte Freunde gewesen wart, egal wer Wenn ihr echte Freunde gewesen wart, die sich wirklich Liebe füreinander hatten Dann streitet ihr euch nicht im Internet Das gehört zu einer Gerade zu einer Männerfreundschaft nicht dazu So kann eine Männerfreundschaft nicht enden, wenn ihr echte Männer seid und echt miteinander befreundet wart Statement, Real Talk, episches Interview Finde, man hat dir angemerkt, wie dich die Sache mit Nico verletzt hat Also muss dir die Freundschaft ja wichtig gewesen sein Ja, eine echte Freundschaft ist immer wichtig, Bro Eine echte Freundschaft, also wenn da wirklich eine echte Liebe am Start war Dann, alle Freundschaften, die ich bis jetzt gepflegt habe, waren mir wichtig Und sind mir immer noch wichtig Der Säufer, Bro, trinkt nicht zu viel, ne? Alkohol is not good Auf jeden Fall fragt er Hast du schon mal miterlebt, wie Rapper ihre Spotify-Klicks kaufen und sowas in der Richtung? Ne Ne Ich habe auch noch nie einen gehabt, der das irgendwie mit mir besprochen hat Oder mir erzählt hat oder so Ich glaube, das würde auch keiner machen Ich bin zwar keiner, der das dann in die Öffentlichkeit tragen würde, aber trotzdem Flair meinte, du bist komisch drauf Ja und? Das heißt auch lange nicht, dass er gegen mich ist, Digga Nur weil er mich vielleicht nicht feiert oder nicht mehr feiert oder irgendwas hat oder so Glaube ich nicht, dass er jetzt irgendwie gegen mich ist oder so Glaube ich nicht Ist ja nichts passiert, wir haben kein Beef oder so Da war nichts Persönliches, weißt du? Aber, Bro, selbst wenn, alles cool Er wird mit Flair nochmal was kommen, Anja, wahrscheinlich nicht, ne? Wenn er mir gegenüber nicht mehr so positiv eingestellt ist, wahrscheinlich nicht, Bro Man weiß nie Ich sag niemals nie Ich bin sowieso einer Ich bin immer Ich bin offen, Bro Ich bin offen Aber Sanaui Bro, wie kann man länger als 6 Monate in Mexiko bleiben, ohne ein Visum zu beantragen Was du ja auch gemacht hast Nee, Bro, ich hab 6 Monate und dann bin ich mich ver... Also ich war einmal 2 Monate, dann bin ich nach Deutschland, dann bin ich wieder zurück Nach 7 Tagen oder 10 Tagen Und dann war ich 6 Monate, dann bin ich nach Miami für 3 Tage, dann bin ich zurück Und dann war ich auch eine Zeit lang noch da Weißt du, wie ich mein? MWR Von jedem, der anfängt mit Fitness und der es verstanden hat, weißt du? Hat vielleicht ein bisschen Überzeugungsarbeit auch So die, ich glaub, die oberkörperfreien Streams aus Mexiko, die haben den Bruder auch geprägt, weißt du? Dass der sich gesagt hat, so, ja man Ja man, der ist schon sexy, Alter, ich muss das auch machen Oder der Bre, der hat auch schon das ein oder andere Jahr mehr auf dem Cap-Holz, ne? Also das kann auch sein, dass er da auf die gesundheitlichen Vibes auch unterwegs ist Und merkt, so langsam nur zu Hause im Twitch-Zimmer abhängen, tut auch nicht so gut für die Rücke und so, weißt Montana Moe sagt Denkst du buffen, wenn es legalisiert wird, animiert es wieder anzufangen für Leute, die aufgehört haben? Nee, glaub ich nicht, Bruder Heutzutage kannst du doch echt, kriegst du doch, kriegst du doch echt ganz einfach auch was zu rauchen, weißt du, wie ich meine, so Also ich glaub, einfach nur, dass, keine Ahnung, dass, ich finde es eigentlich hat nur Vorteile, so Dann hast du nicht mehr so viel Scheißdreck im Umlauf und so Nicht mehr so viel, ich muss aber auch generell sagen, das Zeug hier in Deutschland ist auf jeden Fall deutlich stärker auch als in Mexiko Also was die hier alles da rein machen und was das für eine Qualität hat Ich glaub, das ist auch immer mehr THC geworden Das ist schon hart, es fickt schon Köpfe hier Hundertprozentig und Ich glaub halt, wenn es legalisiert wird und du kannst dir auch mal eine softe Sorte holen, also du weißt halt einfach ganz genau Was du dir wann holst Dann hat das einfach nur einen Vorteil, glaub ich So insgesamt für Für Leute, die buffen Und für Leute, die ab und zu buffen Ich bin zum Beispiel auch einer, ich würde das nicht, ich verteufel das nicht, weißt du Ich hab jetzt ungefähr drei oder vier Wochen Aufgehört Und ich hab da aber trotzdem einmal am Wochenende, am Freitag mal einen geraucht, so Das war cool, weißt du wie ich mein so, hab ich keinen negativen Vibes gehabt, keine negativen Dings und so So ich will nur keinen, ich will nur nicht Sucht, weißt du, Sucht ist immer so ein Ding Täglich und dann auch noch so abhängig Ja, es gibt auch Leute, die täglich konsumieren, aber nicht abhängig sind, das ist auch wieder was anderes Aber diese Abhängigkeit, dass du denkst, du kannst nicht mehr ohne Und der Joint kifft dich anstatt du den Joint So war das bei mir teilweise am Ende gewesen So und deswegen hab ich auch gesagt So, jetzt musst du ein Päuschen machen, auch um dir das selber zu beweisen Ich hab ja schon öfter mal aufgehört Ja, aber ich bin keiner, der jetzt so grundsätzlich Ähm Buffen, Kiffen verurteilt Oder irgendwie sagt so, keine Ahnung, ich bin da nicht Anti, weißt du Ich bin nicht Anti, ich bin neutral demgegenüber Eingestellt Es ist immer noch, ähm Ähm Es ist immer noch, äh, auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht so schädlich wie Viele legale Drogen Cannabis ist für mich keine Sucht Brudi, da kommt's gar nicht drauf an, das ist eine blöde Aussage Sorry, wenn ich das so hart sagen muss Ähm, weil Suchtsüchtig kannst du von vielen Sachen sein Es kommt ja drauf an, wie du damit umgehst, weißt du Wie, wie das bei dir einschlägt Wie du, wie du damit umgehst halt, weißt du Wenn du dir nicht mehr Also es gibt ja Leute, die können nicht essen, nicht schlafen Nicht das, nicht dies, nicht so, nicht so Das ist eine Sucht auf jeden Fall Und das, du kannst auch von ganz vielen anderen Sachen süchtig sein Was auch jetzt nichts mit Drogen zu tun hat zum Beispiel, weißt du Mh, 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 mh Cannabis ist Medizin, wird auch benutzt Ja, Bro, medizinisch ist auch was ganz anderes Wie, wenn du dir täglich buffst, weil du vor dein Problem zum Beispiel fließt oder so Weil du essen willst oder besser schlafen willst So geht man schnell in die Sucht rein, weißt du Ja, aber lassen wir das Thema auch Jeder soll da, jeder muss da für sich entscheiden Ich bin auch keiner, der irgendwelchen anderen Leuten irgendwas vorschreiben will Also wenn du buffst jeden Tag, Bruder Und auch nicht mehr ohne kannst, aber dich gut damit fühlst Dann, let's go Mach dein Ding Muss ja nicht jeder clean sein Machiavelli, the dawn Was poppin', bro Was poppin', G, how you feel, motherfucker? Wie geht's? Wenn das Weed hier nicht auf 30, 40% THC hochgezüchtet wäre Hätte man weder psychische noch körperliche Probleme davon Probleme habe ich auch nicht Es geht mir mehr um die Abhängigkeit Aber, ja, hast du definitiv recht Ich sage, also mir hat das Buschzeug in Mexiko Also auch, da gibt es auch verschiedene Qualitäten Kannst, da kriegst du wie so eine Liste So wie so ein, wie so ein, wie so ein Menü Und ich habe immer das, das, das billigste genommen Und das hat mir am besten, naja, ne, stimmt nicht ganz So zwischendurch habe ich auch mal etwas teures genommen So, ein bisschen bessere Qualität Aber ich muss sagen, ähm, das günstigste hat mir am besten gefallen Weil das ist nicht so, du hast keinen, so ein, so ein Flash Weißt du, du rauchst so und, und bist einfach ein bisschen im Vibe drin So ein bisschen mehr Aber du hast nicht so einen, so einen heftigen Flash, so Hier in Deutschland, ich bin hier angekommen Ich habe einen Joint geraucht, Bruder Haze, Bro Du kriegst direkt so einen Boom Das knallt direkt deine Birne rein, so Ich bin aber auch relativ empfindlich, muss man sagen Egal, was ich nehme Ähm Ich schläge bei mir schnell immer, so Ein Zug, zwei Züge zieht schnell Ein Drink zieht schnell, weißt du?